Oh Gott! Äh, Oli! Und jetzt mal ganz ehrlich, dieser 31 Meter Führungstreffer da letztens gegen Gladbach. Das ist irgendwie, das war der Wahnsinn. Ich hab's in der Wiederholung abends gesehen, ich konnte es gar nicht fassen, zum Tod des Monats nominiert. Hast du dich selber schon abgestimmt? Nee, aber ich glaube, meine Freunde und meine Familie haben mehrmals abgestimmt. Ich hab auch abgestimmt, mehrmals. Und wenn ich richtig informiert bin, warst du im letzten Jahr irgendwie dafür beantwortet, für die Mannschaftskasse? Erst irgendwie das Geldverwalt, also quasi der Verbündungsparte dafür, bist du immer noch Fähre darüber? Und wird dieses Jahr ein bisschen heftiger gefeiert? Dieses Jahr mussten wir ein bisschen strenger werden. Da haben wir den Manuel Höhnert dazu genommen, zur Mannschaftskasse, dass wir das zu zweit im Blick haben. Und ja, ich denke, es ist schon ein bisschen was zusammengekommen, dass man auch ein bisschen freigekommen hat. Das habt ihr euch definitiv verdient. Das hat sich diese ganze Mannschaft verdient. Dieses unfassbare Trainerteam. Diese wahnsinnigen Fans, alle, die auch im Hintergrund diese Mannschaft unterstützt haben. Die ihr vor allem immer wieder unterstützt habt. Egal, ob wir hinten lagen oder verloren haben. Vielen, vielen Dank. Und ich glaube, das ist auch im Sinne der kompletten Mannschaft. Kommt einfach nochmal nach vorne. Trainer, Spieler, sagt nochmal Danke. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Musik oben drauf als Hintergrund. Weil wir dieses Jahr keinen DJ haben. Es sei denn ihr...